Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go to the Walking Dead Season 2, wo wir natürlich Sarah helfen werden, meine Damen und Herren. Wie würde es anders sein? Geht ja nicht anders. Hi. Die hat es ja auf jeden Fall nötig. Wobei es schon bedenklich ist, dass man dem Mädchen zeigen muss, wie man sowas macht. Es ist eigentlich ziemlich interessant. Ich glaube, also soweit ich mir denken, hat der erste Teil nicht den einen fixen Bösewicht und dieses Spiel dann aber schon. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Bill, bitte. Es ist jetzt nicht unbedingt... Na. Mal gucken, ob der noch lebt, wenn wir in der nächsten... Also, wenn wir... Ja, wenn wir in der nächsten Mal sehen. Ach, was nur? Außer alles... Wobei, die ist schon ein bisschen sehr weinerlich, ne? Also... Ich meine, gut, wir haben natürlich jetzt leicht reden, weil wir nicht in der Situation stecken, aber... Geh doch mal dazwischen jetzt. Okay. Okay, dann wissen wir, wer als nächstes stirbt. Du bist ja ein ganz toller Kerl. Ohne Scheiße, wie man irgendwas für diesen Typen... Hm... Wie man irgendwas für diesen Typen tun kann... ...ist mir ein Rätsel. Aber... Aber... Ich meine, gut... Das Argument mit der Sicherheit ist ja irgendwie... ...legitim, aber... Wie sicher ist man mit so einem Typen? Also, an der Spitze. Nein. Entschuldige mal bitte. Ach, aufwechselnd kurz, so regen, na okay. Aber Ich meine, es ist mit Sicherheit nicht richtig, das jetzt hier irgendwie tot zu schweigen, weil, man verstehe sie, tot schweigen, ha, 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 ha. Es fällt aber komischerweise auch keinem auf. Achso, machen wir jetzt ja einen auf The Witness, ja, wo ich Kabel folgen muss, mhm. Mh, sehr schön. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aus irgendwelchen Serien mit ebenfalls Walkern, die zufälligerweise ebenso Walking Dead heißen, hm. Also könnte man auf jeden Fall jetzt schon mal dafür sorgen, dass dieser Ort hier einfach ohne weiteres fällt. Wenn wir das da jetzt aufmachen, dann haben die hier nämlich ein Problem, meine Damen und Herren, aber Ey. So geht's auch. Sehr schön. Ich meine, dass der ganze Scheiß jetzt irgendwie hier in sich zusammenbrechen würde, war ja klar, meine Damen und Herren. Hab ich gut gemacht, ne? Hab ich gut gemacht. Also spielen wir jetzt hier quasi Zombie U, ja? Wobei das komplette Spiel Zombie U leider aus genau dieser Mechanik besteht, aber Gut. Naja, stimmt, Quicktime-Events. Wir hatten schon ewig keine Quicktime-Events. In der kompletten, verfickten, ich glaube in der kompletten, verfickten Episode noch nicht. Also langsam aber sicher wird es aber auch mal Zeit, nicht wahr, Mr. Walking Dead-Typ, Mensch? Coole weiße Augen, die offensichtlich nicht im Dunkeln leuchten. Ja, war ein Pech aber auch. Achso, muss ich jetzt... Okay, warum haben wir das dann nicht sofort gemacht, Mr. Clementine? Das war jetzt aber ein schöner Zufall, dass es genau da hingefallen ist, genau in dem Moment, in dem der Kopf da war. Gott sei Dank muss man nicht jedes Mal wirklich R2 nutzen, weil ich habe gerade tatsächlich X gerückt. Wenn das Spiel jetzt darauf verstanden hätte, dass ich R2 nutze, hätte ich vermutlich verloren, meine Damen und Herren. Das ist eine Frau, die in der Zombie- oder ein Mädchen, das in der Zombie-Apokalypse quasi überlebt, mehr oder weniger ohne weiteres, stolpert über ein verficktes Kabel. Ist natürlich plausibel. Da ist nicht das Gehirn. Also, ich meine, ich weiß, du hattest noch nicht so viel Biologie-Unterricht, aber... Egal, wahrscheinlich ist... Ne, wir nehmen da mal so hin. Ist es Daryl? Es ist nicht Daryl. Ich bin enttäuscht. Maßlos, aber... Danke. Entschuldigung? Was habe ich denn jetzt damit zu tun, dass dieser Scheiß hier irgendwie... ...die festgelegt war? Also, die komische Marikade da. Ja, ist... Okay. Du wirst bald sterben, mein Freund. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und der Tag wird kommen und dann werde ich mich freuen. Haha. Jetzt muss ich einfach nur hier rumlaufen, ja? Oder kann ich... Ich kann nichts... Ja, natürlich wird jetzt nichts passieren. Welche Überraschung? Guten Tag, wer bist du? Wer ist das? Ach, das ist Dings, ne? Ja, Dings, ja. Habe ich doch ein Bart erkannt. Habe ich doch ein Bart erkannt. Kommt, komm all this way. Das ist... Das ist die Willkommen, ich werde. Ich bin glücklich zu sehen. Ich war mir worried. Wir alle waren. Das ist gut zu sehen, du, Kind. All right. Listen, we ain't got much time. Okay, I followed y'all here best I could. Haven't had a night's rest since y'all got nabbed. Well, that's the first chance I got to talk to somebody. They're everywhere. Okay, they got guards. Watching everything. Shh, shh. There's a herd of lurkers just south of us. It's bigger than I ever seen around these parts. Who is statue? Yeah, I heard folks talking about that, but that ain't so. Okay, it's gonna hit this place. I know it is. Now, I don't know when, but it's coming, and it's gonna be soon. See, I've been looking for places to get you all free, but I haven't been able to find anything yet. Are you feeling okay? No, no, I mean, yeah, yes, sorry. I just could use some sleep, you know, hard to rest when you think a lurker's about to get the jump on you at any moment, but yeah. Yeah, I'm fine, okay? Don't worry about me. It seems dangerous. Well, the whole situation's dangerous, but, well, we're in it now. That's what we got. We just, we just need a plan. You know, a way to get you and everyone. Luke! Oh, sorry, sorry, shit. Okay, Troy ain't gonna like you being late. Listen, Clem, I need you to meet me here tomorrow about this time, because I need you to get me one of those radios, okay? Do you think you can do that? Just one of those walkie-talkies. I just need to be able to tell y'all what's going on with them guards. You know, I'll figure out the schedule the patrols are on. I mean, they're all over the place, but I can keep an eye on them for y'all from out here. Look, we ain't gonna be able to shoot our way out of here, so we gotta be careful. Okay, I'll get you one. Thanks, Clem. I'm so glad I can count on you. Remember, you meet me here tomorrow. I'll try and be here around this time, but if I ain't, just wait as long as you can, because I really need one of those radios. And just let everybody know I'm alright, okay? I'm worried they, uh... Clem, time! Get out where I can see you! Ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwie tatsächlich Zeitmanagement betreiben muss, wie in dieser einen Episode von King's Quest, weil sollte ich das tun müssen, haben wir verdammt schlechte Garten. Okay, tschö. Wer war da nur, wie der Wunsch da angeht? Nicht, dass die beiden doch... Hinterher stecken die unter einer Decke. Und dann... stecken die unter einer Decke. Also... Und so ist das Kind entstanden. Ahaha. Ich bin übrigens auch professioneller Biologie-Lehrer. Für die, die noch nicht wussten... Das heißt, der möchte wahrscheinlich einfach alle umbringen, oder... Du bist ein Rüpel. Was? Achso, ich soll mich hinsetzen. Ich dachte, ich soll ihm was geben. Machen wir jetzt die übelste Verhandlung? Ich wäre übrigens wirklich dir dankbar, wenn du mich aufhörst, zu bedrohen. Es ist einfach, dass die Depression in den Zeiten wie dieser. Aber er war weich. Und ich meine nicht nur, weil er gemeint. Das war nicht sein Problem. Er war weich von Willen. Und weich von Charakter. Und wir können das hier nicht mehr haben. Nicht mehr. Nicht mit dem, was wir aufhörst. Du bist ein Rügel. Du kannst versuchen, es zu sagen, etwas anderes zu sagen. Aber ich weiß, was es ist. Was es wirklich ist. Hör, Clementine. Es ist kein Rügel. Achso. Du siehst, Reggie putt uns zu riskieren, mit seiner Incompetenz. Er hat eine Strecke von Schrauben-Ups lately. Kötz einen, um zu retten, zu retten, ist Teil des Lebens. Das heißt, ich soll dir auch noch dankbar sein, ja? Well, ich wünsche, es war anders, ich glaube. Aber sie sind schwach, und wir sind stark. Das ist deshalb unsere Verantwortung, die Schrauben zu retten, um sie zu retten, zu halten. Es ist ihre Natur, zu folgen, nicht zu führen. Ich bin nicht wie Sie. Ich weiß es, wenn ich es sehe. Und wir sind mehr als Sie denken. In fact, ich glaube, Sie wissen es, aber Sie sind nicht mit dem, was es noch nicht. Es gibt keine Art, wie Sie hätte das lange dauern können. Ich habe es nach dem Kamm, Sie waren Angst, aber Sie sah mich direkt in den Augen, haben Sie einen Nerv. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir überprüfen, das nächste Generation muss sich stärker als die letzte, zu führen uns aus dem, Das ist übrigens eine gute Frage, warum ist die Frau sich so sicher, dass es das Kind von ihm ist und nicht von Alvin? Wart jetzt. Wie nett von dir. Hat sie das Ding da jetzt mitgenommen? Nein. Das ist alles gefährlich. Kenny, do not speak to me like that. Maybe Luke could help us. He's outside. He wants a radio to help keep an eye on the guards. Thank you. That's the plan I vote for. You know about Luke? He flagged us down when Troy wasn't looking. Told us his plan. Mentioned he talked to you. If Luke can tell us what's going on with the guards, we can use that to pick a good time to escape. That seems reasonable. Who knows when that'll be? There was a girl back at Crawford that used church bells to send walkers all over the city. We just need something really loud. The PA system Carver's always using is quite loud. There's some speakers outside the building pointed toward the parking lot. I saw them when we were walking out to the work. Troy's always standing next to one of them. I saw the controls. They're in Carver's office. She's right. It's all controlled in Bill's office. There's a switch in there that'll turn them on. How do you know that? I used to make a lot of the announcements back in the day. I had it flipped on once. Luckily, there wasn't much around at the time to hear it. It was plenty loud, though. That's perfect. We just got to get into his office. Why didn't you say something sooner? Because it doesn't change anything. This isn't a discussion about how to do it. It's a discussion about whether it's stupid. And it's still stupid. The sensible thing is to get Luke the radio and wait for an opening. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht ehrlich gesagt. Ich bin mir grad wirklich nicht sicher, weil ich sag mal so, also ich mein, ich bin mir sicher, dass wir beides erledigen können. Ich habe nur das Gefühl, dass wir dann beides so halb machen, aber nix so richtig. Ich, ähm... Tja... Was werden wir tun? Was werden wir tun? Also, äh, äh, sicherer wirkt sicherlich erstmal der Plan mit dem... mit dem Walkie-Talkie. Deswegen werden wir... Ja, wobei, dann müssen wir in den Kava's Büro. Also, ob da so viel sicherer ist... Wahrscheinlich ist es die falscheste Entscheidung überhaupt, aber... Ja. Welche Überraschung, dass du noch irgendeine Rolle spielst? Ich dachte, wir werden dich nie wiedersehen. Naja... Ich habe mich durch Herd's vor. Es funktioniert. Du musst dich halten und sicher, dass du gut und fertig bist. Du scheißt, was du sprichst. Ich habe es auch. Was? Es ist wie wir aus der Marsh House. Lee covered mich, und wir direkt durch. Really? Holy shit. Oh, gut, Lee. All right, was wir warten für? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that too. Come on, kid. Gonna need your help. Eh, ich will irgendwie... Where the hell did she come from? Keine Ahnung. Wuppertal? We just need to use the winch. She can just climb up from there. Then, just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on, up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. Now or never, I guess. That's my girl. We gotta get that rope down. Mike, you wanna boost her up? Come on, kid. Don't let go. I got you. Einfach so. Ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Irgendwie... Irgendwas wird schon noch passieren. Irgendwas wird schon noch. Man kennt sich ja, man grüßt sich, also... Das ist aber cool. Das würde ich auch gerne mal machen. Adieu. Ich... Was muss ich tun? Ich muss hier rüber, oder was? Kann ich irgendwas machen? Die Leiter wahrscheinlich. Ja. Was sonst, meine Damen und Herren? Oh, oh. We're in trouble. Mm-hmm. Mm-hmm.